Musik Am 4. Oktober 2011 wird in den Räumlichkeiten des österreichischen Parlaments in Wien der Sammelband Politikberatung in Österreich vorgestellt. Herausgeber und Politikberater Ferrit Herrie veröffentlicht mit dem Fachbuch ein Standardwerk, das sich zum ersten Mal mit der Politikberatungsszene in Österreich beschäftigt. Auf 300 Seiten zeigen hochkarätige Experten und Berater auf, was Politikberatung ist, welche Leistungen sie umfasst, in welchen Bereichen sie zum Einsatz kommt und welche internationalen Trends den Markt prägen. Mein Anliegen war mit diesem Buch aufzuklären, was ist denn Politikberatung tatsächlich. Und ich habe festgestellt, Politikberatung ist ein sehr weites Feld. Im Anschluss an die Buchpräsentation diskutieren hochkarätige Vertreter die Frage, braucht die Politik externe Expertise? Moderiert vom Vorsitzenden der Vereinigung der Parlamentsredakteure, Johannes Huber, tauschen unter anderem der ehemalige Wirtschafts- und Finanzlandesrat der Steiermark, Herbert Peierl und Politologe Peter Filzmeier ihre Standpunkte aus. Die prominent Besuch der Abendveranstaltung findet auf Einladung von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und Redakteure statt. Zu den anwesenden Autoren des Fachbuchs gehören neben Anton Pelinker, Peter Filzmeier, Karl Eiginger und Regina Jankowitsch auch Fritz Hausjell, Peter Köppel, Thomas Hofer und viele andere. Ich glaube, ein guter Politikberater konzentriert sich einerseits auf jene Personen, die er ansprechen möchte, die er beraten möchte, aber auch auf das politische Umfeld und nicht zu manipulieren, sondern die Stärken, die jemand hat, zu unterstützen und gewisse Orientierungshilfen zu geben. Ein guter Berater sollte vor allem Kenntnisse der politischen Vorgänge haben, über ein umfangreiches Netzwerk verfügen, vor allem aber für den Kunden, für die Interessen des Kunden sich einsetzen. Der ab sofort im Fachhandel erhältliche Sammelband bespricht mit allen Tätigkeitsfeldern die gesamte Bandbreite der Politikberatung. Thematisch reicht das Werk von Strategiefragen über Meinungsforschung, Spin-Doctoring und Lobbying bis hin zur Organisationsentwicklung und wissenschaftlichen Leistungen. Politikberatung in Österreich reflektiert aber auch und zeigt Hintergründe. So finden Querschnittsthemen wie Gender Mainstreaming ebenfalls Eingang in eine dynamisch wachsende Branche. hier ist ein Fahne, hier ist ein Fahne. Musik Musik Vielen Dank.